Das 7RR-S02 von Kunzer. Auf den ersten Blick zwei Ringschlüssel, aber wenn man genauer hinsieht, zwei echte Multitalente. Denn die beiden Ratschen Ringschlüssel sind in Wirklichkeit acht einzelne Werkzeuge. Das 7RR-S02 ist für den professionellen Einsatz im Kfz-Bereich entwickelt worden. Das Set bietet acht verschiedene Schlüsselweiten in den gängigsten Größen 8 und 10, 12 und 13, 16 und 17 sowie 18 und 19. Die beiden Ringschlüssel verfügen über eine 72-stufige Feinverzahnung. Selbst kleinste Arbeitswinkel sind damit möglich. Die Richtungsänderung erfolgt bequem über einen Daumenumschalter. Das Ganze im praktischen Set und natürlich in bewährter Kunzer-Qualität.